Hallo und herzlich willkommen zum Uploadplan für die kommende Woche und wie ihr sehen könnt mit jeder Menge Änderungen. Denn bei mir ist es so, dass Ori wir jetzt durch geschafft haben und dafür kommen jetzt neue Titel rein. Denn ab Dienstag geht es wieder los mit Life is Strange. Aber das ist noch nicht alles. Außerdem kommt mit Kings Quest ein neues Spiel, was so ein bisschen in der Art von Annas Quest kombiniert mit Life is Strange ist. Und ab Donnerstag kommt noch Angry Birds 2. Auf das wir schon eine ganze Weile warten. Bei mir ist ja seit letzter Woche Final Fantasy vorbei. Rocket League haben wir Freitag und Sonntag das erste Mal gezeigt, dass wir doch immer mal wieder zwischendurch kommen. Aber wir keinen festen Sendeplatz bekommen. Das war von meiner Seite auch schon alles. Also viel Spaß in der nächsten Woche.